Den Lebensraum, den sie sich erfüllt haben. Also sie machen positiven Terror hier auf der Strecke am Red Bull Ring. Wir werden auf Bord noch mal zweimal hier den Ring rauf können dürfen. Die King of the Year of Champions, Elias, as well, Joe, Johannes und Don Cien. Die King of the Year of Champions, Elias, as well, Joe, Johannes und Don Cien. Und musikalisch bleiben wir draus, wo der Fokus immer...